einen wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa 17 ultimate team ich bin jetzt ein bisschen verwundert oben rechts sieht man drücken um neu zu verbinden also ich glaube ich bin nicht mit der mit den ea server verbunden ich wollte mich gerade eben schon ganz normal einloggen bei ultimate team und er kam immer nicht möglich weil nicht verbunden wenn ich einfach verbinden klicke geht es auch nicht und dann habe ich aber über ein umweg irgendwie geschafft jetzt mindestens auf den bildschirm zu kommen ich weiß halt nicht jetzt bedeutet dass ich drin bin das problem ist nämlich wenn ich meine belohnung nicht abholen bin ich nicht für die weekend die qualifiziert und kann die dann nicht spielen das wäre halt richtig geil wenn jetzt hier drückt auf verbinde mit ea sfc selber das sind nicht verfügbar das heißt ja eigentlich dass man nicht bei ultimate team reinkommt glaube ich bin ich aber drehe ich rufe eine belohnung ab das ding ist wo wir gucken wie angst ich habe angst wenn ich jetzt draufklicken und das dann nicht geht also dass wir nicht verbunden sind dass dann die belohnung verfallen oder nicht aktiviert werden oder irgendwas so jetzt brauchen wir mal irgendwie verdammt jetzt habe ich ja ich wollte euch ja eigentlich erst später zeigen welche spieler wir wohl spielen aber ich probiere es einfach aus mit moment ich kann ja immer ganz schnell anderen torte rein stellen die anzahl seiner stadt ach so ich bringe jetzt alles durcheinander hier verdammt doch mal aber ich will halt gucken ob irgendwas passiert wenn ich auf spiel also gegner spieler suchen gehe falls ich jetzt theoretischerweise zocken könnte dann bin ich ja wirklich auch online dann wäre auch kein problem halt die belohnungen abzurufen weil ich weiß gerade nicht ob ich online bin worüber gehen deaktiviert entschuldige die soll den kürzer wieder verfügbar sein okay nein ist es nicht aber das ding ist muss die belohnung sowieso abrufen weiß ich schon mega spät donnerstag nachdem das ist freitag früh also wenn ich die nicht abrufe dann verfällt es ja sowieso also ich kann dann zumindest die jetzige weekend league am freitag nicht spielen ich mache es einfach mal auf und hoffe dass es funktioniert bitte 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 okay okay scheint zu klappen mein herz ich hätte sowieso keine zeit jetzt zu zocken das heißt es ist nicht schlimm dass ich nicht zocken kann weil ich wollte jetzt eh nur in dem video die packs aufmachen und meine belohnung abholen 50.000 münzen zwei premium gold bis jetzt ein premium team der woche sind wo und ich müsste ja qualifiziert sein auch gut da steht status qualifiziert beginnen fünf stunden ich sage noch fünf stunden zeit und ich wollte dann jetzt dann logischerweise schlafen gehen deswegen keine ahnung was da jetzt gerade los ist aber es ist mir egal hauptsächlich qualifiziert und kann zocken und anscheinend ich denke mal ich kann jetzt also irgendwie müssen wir ja mit dem server verbunden sein würde das eigentlich richtig funktionieren also was da los ist keine ahnung aber gut ich bin über umwege reingekommen das ist doch schon mal was und jetzt würde ich sagen machen die packs auf wie gesagt drei geile packs wir machen natürlich die fuhr champions karte karten erst am ende auf ich würde sagen wir gucken noch mal in das team der woche rein es ist jetzt nicht so mega krass ehrlich gesagt wo kann man sich das angucken dort glaube ich die übersicht haben da hinter woche und zwar also es ist halt also es gab halt schon krassere tage logischerweise wir haben hier den kann man nicht die spiele aufrufen was so kann man genau wir haben den ik die 89 das ist glaube ich die vierte vielleicht sogar ein fünfter infom der soll relativ teuer sein wobei wir hatten ja glaube ich die dritte infom oder war das die vierte klasse war die dritte und das müsste die vierte sein die hatten wir ja schon und die war 110.000 wert also naja der wird wahrscheinlich mehr als 200.000 wert sein keine ahnung david wie hat man einfach an der falschen liga wird einfach mal überhaupt nichts wert sein dann bar nega ist relativ langsam und ich kann die italienische liga nicht einschätzen keine ahnung ob da viel wert ist muss auch nicht viel wert sein dp den hat man ja die vorhergehende informer von der ist auf jeden fall viel wert da wird halt denke ich mindestens 200.000 wert sein oder sogar mehr dann falsche liga jago wird nichts wert sein Benatia ist glaube ich relativ beliebt könnte ein bisschen was wert sein aber wahrscheinlich auch keine 100.000 oder so ist immer zu viele geilere im verteidiger perin liga wissen wir ja die ist nichts wert auch wenn das jetzt ein schöner verteidiger ist dann jale ist auch nichts wert kann oder schaden besser gesagt emrisch an der wird viel wert sein das weiß ich aus guter quelle der ist so seine 400.000 wert also das ist ein richtig geiler spieler dann haben wir noch ihn an wird auch nichts weiter wäre sein super langsam falsche liga also man sieht schon eigentlich nicht so viele geile spieler kann man nicht drüber reden 81 und auf der auswechselbank genauso 81 81 85 in der komplett falschen liga auch nichts wert martinez nichts wert das auch komplett ja zu langsam wird auch nichts wert sein jürgensen auch falsche liga wird nichts wert sein und burgstall 81 über den rest brauchen wir nicht reden den kann man eh nicht bekommen in der in dem in dem team of the week pack also eigentlich eigentlich wäre es schlau das team of the week pack erst zum beispiel nächste woche aufzumachen wenn man geilere geilere infos hat aber da es mein erstes team of the week pack ist und ich es unbedingt aufmachen will werde ich es ausnahmsweise heute ausmachen ich glaube wenn ich es nochmal schaffen sollte elite zu werden und dann wieder so eine relativ schlechte team of the week woche erwische wie hier dann würde ich wahrscheinlich sogar das pack aufheben und erst aufmachen wenn eine geilere woche ist wir haben halt wirklich tendenziell nur eins und ich weiß noch nicht mal ob ikali wirklich viel wert ist wir haben nur ein zwei drei richtig geile spieler die mindestens denke ich 200.000 wert sind das war's bei denen kann ich mir eigentlich relativ sicher sein dann haben wir vielleicht noch ein zwei zwei weitere spieler die noch potenzial haben das ist so schlecht eigentlich wenn man sich überlegt dass manchmal infos Lewandowski und messi oder sowas gibt und dann noch zwei drei andere richtig geile spieler naja wie gesagt ich werde das pack nicht aufheben ich habe keinen bock drauf ich werde es trotzdem aufmachen so jetzt geht es los zuerst natürlich die zwei kleinen packs und wo ja ja ich glaube es gibt auch gar nicht mehr so viele geile brasilianer außer ich glaube costa oder so die wirklich was wert sind nein was habe ich jetzt gemacht an den verein 1 4 950 der ist nichts wert da wir eh nicht viele packs haben beziehungsweise nur die packs alle aufmachen und nicht zocken werde ich auch mal einfach jeden spieler nachschauen wir haben auch nicht dieses riesige pack wo alles mögliche drin ist natürlich wird jetzt nichts weiter geil sein vielleicht haben wir glück und die silber spieler sind was wert 700 da kommen wir vielleicht für 600 los 700 war das billigste so gamma ach ich kann ja auch auf den transfermark zugreifen fällt mir gerade ein also irgendwie so halb online sind wir ja also wir sind auf jeden fall online mit servern verbunden dass man all die mit team rein können und auf den transfermark zugriff haben aber wir können nicht zocken und können es nicht zu den ea servern verbinden also zu den ea sc fc irgendwas verbinden das ist mir sehr merkwürdig 600 600 wahrscheinlich gibt es gerade wieder irgendeine squad building challenge wenn man die braucht weil sonst ist das doch keine 600 wert so wenn der jetzt auch wieder 600 wert ist oder mehr dann ist ja auf jeden fall eine squad building challenge am werk 600 ja auf jeden fall ich meine guckt euch den an 57er den spielt niemand so du kerl 600 450 dem waren wir nicht 450 Oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt Mist, jetzt habe ich echt drüber nachgedacht Über das Pack Und jetzt überlege ich halt echt, ob ich es doch nicht aufmache Verdammt nochmal Das ist halt echt kein gutes Team of the Week Wenn es soweit ist, entscheide ich es dann spontan Ich kann es gerade nicht entscheiden Der wird nichts wert sein, weil es ist eher ein Schlag Schlechter Silberspieler 700, what? Okay, dann stellen wir ihn für 603 Wer nimmt denn, es wird auch gar nicht noch bessere Torhüter geben, da hat 73 Reflexe 70 Positionsspieler, das ist jetzt das Besondere Ich meine, es ist ja auch nur 68er logischerweise Aber Hechten, Ballsicherheit, Abschlag Das sind ja eher so Bronzewerte Coffee, den haben wir schon mal War 81 Physis 500, naja, stellen wir ihn halt für 400 rein Do you want coffee? Wie oft er den wird schon gehört hat Von englischsprachigen Leuten Kann ja auch sein, dass der anders ausgesprochen wird Oh nein, das habe ich nochmal gedrückt Sorry Freunde Ich wollte es natürlich auslaufen lassen Oh, Edo, der war natürlich immer was wert Aber das ist sehr lange her Das ist sehr lange her Falsche Liga, etc Und was? Hä, warum ist denn der so viel wert? Ach, da spielt noch Super League Ach so, krass Ich dachte, da spielt nur eine andere Liga Okay Ah, da macht es Sinn Aber dass den so viele haben wollen Ist trotzdem krass Das ist nicht so teuer Dann ist er auch gar nicht bessere Stürmer Ah, 900 Der ist doch nicht teuer Das sah nur so aus Die habe ich ausgedrückt Ist der einzige von 900? Ha Bekommen 850 Ich stelle ihn trotzdem einfach 1000 drauf Vielleicht haben wir Glück Schien ihn zumindest nicht so oft preiswert zu geben Zaza Das war bestimmt ein Guter Low-Budget-Stürmer 80 Tempo 80 Schuss 77 Dribbling 77 Füße Das sieht doch nicht schlecht aus Also für den Low-Budget-Stürmer am Anfang der Saison Jetzt natürlich nicht mehr So Preisvergleich 800 550 Alles was unter 600 ist Geht in die Beine 650 Ah Können wir also für 600 anbieten Ja eigentlich muss ich ja dieses Pack aufmachen Ich meine Ihr guckt ja nicht Ihr guckt ja nicht das an Weil ihr diese billigen Gold Packs sehen wollt Sondern weil ihr das große Pack sehen wollt Wir haben ja auch eine gewisse Ganz Also Wir haben ja auch eine kleine Restschance Trotzdem einen geilen Spieler zu bekommen Aber es ist halt kein Spieler drin Der irgendwie eine Million oder sowas wert ist Wir haben ja trotzdem die Chance Einen geilen Spieler zu bekommen Und wir bekommen ja nur drei Spieler Und die Wahrscheinlichkeit Dass wir in dem Team of the Week Wo krasse Spieler drin sind Dass wir da trotzdem Einfach nur drei Abschlussinfos bekommen Die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem hoch Also Ja ich denke Ich hätte mir das vorher überlegen sollen Wenn ich es Hätte nicht machen wollen Okay Hier können wir fast 700 reinstellen Hätte ich nicht machen wollen Da hätte ich glaube ich ja gar nicht erst dieses Pack opening So krass alleinstehend machen sollen Es wäre jetzt unfair euch gegenüber Ich mache das Pack auf Scheiß drauf Es wäre jetzt unfair euch gegenüber Ich mache es auf 500 Und wie gesagt Die Wahrscheinlichkeit Dass man dann in dem besseren Team of the Week Die krassen Spieler zieht Ist so gering Von daher egal Siebenhundert 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 Äh Gleich ist es soweit Mein erstes Team of the Week Pack Ich bin Sehr gespannt Ich gehe nicht davon aus Einen krassen Spieler zu bekommen Aber wie gesagt Ich denke wir werden minimal Also logischweise minimal 30.000 Jeder Jeder dieser schwarzen Spieler Dieser Infospieler Ist mindestens 10.000 wert Aber ich denke wir werden im Durchschnitt Eher so 15.000 generieren Ich bin echt gespannt Al Moussa 250 Eieiei I tobe Der wurde auch am Anfang Als low budget Spieler gespielt Weil er zu schnell ist 1000 950 Alles klar Achso wir haben ihn ja zweimal Achso ja stimmt Wir müssen ihn ja verkaufen Ich höre mal rein Für 750 So es ist soweit Freunde Let's Let's go Ich habe ja Glück Und treff trotzdem Einen geilen Spieler Komm schon Ich glaube Chan ist am meisten wert Ich weiß es nicht 100%ig Aber ich glaube Chan ist am meisten wert Emre Chan Und es ist nur ein 85er Also es ist wahrscheinlich Wahrscheinlicher Emre Chan zu ziehen Als Ikali Komm schon baby Let it rain One time please Komm schon Komm schon Was ist ne Info Krass Nein Ja Das ist der 86er Ja Ich weiß nicht aber Viel wert Aber ich hätte nicht damit gerechnet Jetzt den 86er zu ziehen Sehr sehr geil Und das Ding ist Emre Chan ist nur ein 85er Kann rein theoretischerweise Noch dahinter sein Und Und Emre Chan Emre Chan Nein Leider kein Emre Chan Ich hätte ganz kurz gehofft Weil ich die Deutschland Faktik gesehen habe Er ist ja ein Deutscher Aber Egal Banega ist immerhin Der 86er Also ich glaube nicht Dass er viel wert ist Ich glaube nicht Dass er viel wert ist Wir schauen nach Also ich tippe auf Maximal 60.000 Ich kann mir auch vertun Weil ich gerade Wie gesagt Ich kann die Liga gar nicht einschätzen Die Calcio A Liga Aber Wenn ich mich an Liga A orientiere Maximal 60.000 Weil man sieht schon häufiger Serie A Also Calcio A statt Liga Also ich sage maximal 60.000 Ach Sofortkaufbranche liegt auch schon Bei 300.000 Maximum Ja Ist nicht viel wert Passt auf Preisvergleich Come on Let it rain Komm schon Bitte lass es viel sein Lass mich komplett irren Lass es mehr als 60.000 sein Okay 300 maximal 140 115 120 95 102 197 Er ist mehr wert glaube ich Als 60.000 Ja Nice Also 90.000 Minimum bekommen Wenn ihr für 90.000 rein Wird sofort verkauft Richtig geil Das heißt Wir ziehen hier aus dem Pack Über 100.000 Gewinn Sehr geil Sehr sehr geil Sehr sehr geil Viel mehr als ich gedacht hätte Richt Oh mein Gott Haben wir jetzt Über 150.000 Gewinn gemacht In der Weekend League Wie geil ist das denn So geil Der wird nichts wert sein Weiß ich nicht 30.000 maximal Aber ich denke eher so an 20.000 Habe ich nicht gesagt 20.000 20.500 What Oh mein Gott 14.000 Oh nein Der ist ja echt gar nichts wert 14.57 Oh Gott 13.000 Oder so Also ich werde es auch so machen Dass ich die Infos Weil ich die Kohle glaube ich Gerade nicht brauche Auch eher behalten werde Wobei es gibt einen 6er Für die Es gibt einen 6er Für die Für die Premier League Den hätte ich gern Der kostet aber so Ich glaube Richtig 140.000 150.000 Das heißt wenn ich Barnega verkaufe Ich habe ja schon 100.000 Filme gerade ein Da brauche ich einfach noch so 50.000 Jetzt müsste ich mal schauen Weil da hätte ich eigentlich schon Bock drauf Aber ich kann ja auch noch andere Infos verkaufen Na mal gucken Mal gucken Mal gucken Vielleicht kann ich mir den auch leisten Mal schauen Also wenn ich die verkaufe Kann ich mir den auch jeden Fall leisten So Ihnen ist also gar nichts wert Er und Wiedwald Der wird wahrscheinlich nur 10.000 wert sein Oder so Das ist klar Das ist ein absoluter Abschlussinform Die ist nichts wert Ja 11.57 11.2.5 Der ist nichts wert Das war aber klar Das war klar Aber ich kann mich über Barnega freuen Fast 100.000 wert Nice Und wenn ich ihn Wenn ich ihn ein, zwei Wochen behalte Ist der wahrscheinlich 100.000 wert Geil Ich mache jetzt erstmal ein Bild Ähm Mit meinem Handy Für einen Freund Der es noch nicht geschafft hat Elite zu werden So Okay Und ja Ich freue mich Die gehen jetzt erstmal alle in den Verein Und dann werde ich Wie gesagt Die nächste Aufnahme Die ihr seht Ist dann Weekend League Und ich werde dann mal gucken Was der jetzt gerade kostet Der Spieler Den ich noch haben will Als Sechser Und vielleicht Schaue ich dann auch zu Dass ich das Geld bis morgen zusammen bekomme Und dann kaufe ich mir den noch Wir haben jetzt die Kohle Und ich meine Besserer Spieler Das sorgt ja nur dafür Dass wir dann halt eher mal gewinnen So jetzt zeige ich euch nochmal Die Teams mit denen wir Erstmal spielen Werden Also wie ihr seht Ist hier Wieder ein Stindel Im ZOM Ich habe mir gedacht Weil in der In der Weekend League Habt ihr ja gesehen In der Weekend League Im Team of the Season Äh Im Team of the Week War kein deutscher Spieler drin Der mir irgendwas bringt Und den ich halt In mein Team packen wollte Und testen wollte Das heißt Wir sind jetzt komplett Mit der Elf Die wir beim letzten Mal hatten Gibt keinen Test Spielern Deswegen dachte ich mir Ich habe mir nochmal Den Vergleich angeguckt Von Man of the Match Stindel Zu Müller Und der ist halt so krass Besser Also von den Werten her Einfach nur jetzt nicht Aber wirklich besser Weiß ich nicht Aber von den Werten her Guckt es euch an Der ist so viel besser Nur Tempo ist halt schlechter 75 Tempo zu 78 Aber 90 Schuss zu 83 85 Pass zu 77 87 Dribbling zu 78 74 Defense zu 46 81 Das ist halt einfach An jedem Wert Außer Pace Einfach so viel krass besser Und wenn ich mir die Ingame-Werte anschaue Ist das halt genauso Also er ist einfach Die totale Maschine Rein theoretischerweise Und wir erinnern uns Bei Müller Der hat gar nicht Funktioniert als Stürmer Überhaupt nicht Also Stindel hat er zumindest Etwas funktioniert als Stürmer Aber Müller Müller hat überhaupt Nicht funktioniert Als ZLM Das absolute Biest Hat momentan Wir schauen uns nochmal Die Quote an Die ist schlechter geworden Ich glaube 0,6 Wir waren bei 0,6 Ja 0,6er Quote Und Ich kann mir einfach vorstellen Also Stindel Deutlich geiler Also wie gesagt Müller als Stürmer Gar nicht funktioniert Als ZLM abgegangen Wie eine Rakete Und das kann ja Bei Stindel genauso sein Stindel hat ganz okay Funktioniert als Stürmer Und könnte jetzt Als ZLM Halt auch einfach Massiv abgehen Wir werden ihm jetzt Erstmal einen Positionswechsel geben Stürmer zu MS Und MS zu Stürmer MS zu ZLM Oh je, nicht wieder Den Fehler machen So Dann hat er Wie viel Chemie Ah da steht es 10 Und Hunter Passt natürlich nicht Der hat schon Mega geile Abschlusswerte Und Pace Brauche ich auf der Position Nicht Ich habe mir mal angeguckt Was ich brauche Und zwar brauche ich Vor allem Einen besseren Langen Pass Bei Müller hat man auch Gemellte Wenn der Pass mal Ein bisschen länger war Hat einen genialen Kurzpass Aber halt keinen Überragenden Langen Pass Und wenn man ihm jetzt Maestro geben würde Wie ihn halt Müller hatte Als Chemie Style Maestro boostet halt Den langen Pass Nur um 5 Und ich hätte halt gerne Ein Chemie Style Der den langen Pass Mehr boostet Und da gibt es nur Artist Als logischen Als logischen Chemie Style Weil der boostet Den langen Pass Um 15 Da bekommt dann Stinde Glaube ich 99 Wischen Also Übersicht 99 kurzer Pass Und 88 Langer Pass Das heißt Totale Ballverteilungsmaschine Und seine Abschlusswerte Sind glaube ich Alle Über 90 Außer der Distanzschuss Er ist bei 88 Aber lol 88 ist halt schon sehr gut So dann Der Abschluss ist Über 90 Ich glaube 91 Stellungspiel Über 90 Ich glaube 92 Schusskraft Über 90 Ich glaube genau Ich glaube genau 90 Also Das reicht Ich würde ihm zwar lieber Ein Chemie Style geben Der Pass und Schuss boostet Aber wenn ich ihm Den Chemie Style gebe Der Pass und Schuss boostet Nämlich Dead Eye Dann habe ich wieder das Problem Dass Dead Eye Plus um 5 Den langen Pass boostet Das bringt mir nichts Ich brauche diese 15 Langer Pass Boost Und deswegen nehme ich Artist Da bekommt er halt auch Mega krasse Dribbelwert Er hat so schon 87 Und das ist auch das Ding Bei Müller Immer mal wieder gemerkt Er hat sich ein bisschen steif angefühlt Er hat eine schlechte Ballkontrolle Manchmal Probleme gehabt Den Ball anzunehmen Das sollte halt auch Bei Stinde Gar nicht der Fall sein So jetzt haben wir hier Zumindest auf dem Papier Haben wir jetzt Die absolute ZOM Maschine Ist vielleicht Aller mal ein bisschen Angsteinflößer Als Müller Wobei Müller Kennt halt mehr Leute Auch international Stimte Man of the Match 86er Den kennen die meisten Mal nicht Aber es sieht Bevor dieses Spiel kam Inform gekommen wäre Hätte ich noch mehr Geld verloren Und naja Hab ich mir geguckt Da für 35.000 Sondern er war nur noch bei Und die hat niemand gekauft Ich habe ihn dann einfach gekauft Und habe ihn für Ich glaube 55.000 Wieder reingestellt Weil er hatte keinen Chemistree Style Der viel wert war Hat einfach basic Hat mir gedacht Okay Verkaufs ihn halt Für 55.000 Und machst deine knappen 20.000 Konz gewinnen Und so war es dann auch Also sehr merkwürdig Nochmal diese kleine Anekdote Und jetzt kommen wir zu dem Neuen Torhüter Passt auf Sommer Ja der Der Sommer hatte ja schon Inform Und jetzt hat er halt Eine Man of the Match Karte Genau wie Stindl Orange blau Und Er hat erstens Geile Werte Wie man sieht 89 Hechten Das ist im Übrigen Sogar zwei Punkte besser Als Fairman Der hat nämlich nur 87 Hechten 90 Reflexe Gleicher Wert wie Fairman 88 Ballsicherheit Da hat Fairman 89 stehen 56 Tempo Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt Nicht was Fairman hat Oder hatte 89 Abschlag Da hatte Fairman glaube ich 56 Also Abschlag ist vielmehr Bei Sommer Aber da ist mir nicht so wichtig Aber klar Wenn der Torhüter ihn hat Warum nicht Also man kann man davon ausgehen Er macht halt wahrscheinlich Bessere Abschläge Die besser auf den eigenen Mann kommen Wo man häufiger Den Kopfball gewinnt Und so weiter und so fort Und die nicht ins Ausgehen Und so 88 Positionsspiel Das müsste auch gleich sein Wie bei Fairman Er hatte glaube ich auch 88 So das heißt Zwei Punkte besser im Hechten Ein Punkt schlechter In der Ballsicherheit Viel viel besser Weiß ich nicht 50 Punkte gefühlt besser In Abschlag Wenn man jetzt nur das nimmt Sollte Sommer halt eigentlich Der viel geilere Torhüter sein Der Nachteil ist allerdings Sommer ist viel kleiner Da ist nur 183 Und Fairman ist über 190 glaube ich 192 oder irgendwie sowas Also das ist halt ein riesen Unterschied Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt Dass die größeren Torhüter Meiner Meinung nach besser sind Weil der Größewert Nicht einberechnet ist In die Werte die auf der Karte stehen Aber ich weiß Dass das auch nicht so sein muss Also das kann erstens nur ein Gefühl von mir sein Und zweitens muss es auch nicht so sein Damals als Casillas noch der beste Torhüter der Welt war Und nicht Manuel Neuer Und ich glaube die Casillas-Karte Eine 90er Torhüter-Karte war Im Äh Im FIFA Da war das halt auch so Dass Casillas auch im Spiel Einfach der beste Torhüter war Der war auch nur 1 Weiß ich nicht Wie groß ist denn der 1,82 oder so Das ist auch relativ klein für einen Torhüter Also ist halt scheißegal gewesen bei ihm Und ich gehe davon aus Wenn man so krasse Wert hat Also selbst wenn Fairman Ein Tick besser ist Als Sommer Das sollte nicht sehr viel besser sein Ich glaube nicht Dass man das auf lange Sicht Überhaupt merkt Den Unterschied Kann ich mir nicht vorstellen Zumal Sommer Diese Größe Bestimmt wettmachen kann Dadurch dass er 2 Punkte mehr auf Hechten hat Also ich glaube da passiert nichts Positionsspiel Er steht einfach immer richtig Die Reflexe sind gleich Dafür braucht er auch nicht unbedingt die Größe Also ich denke Das wird man nicht merken Und das Ding ist Ich habe Fairman Wie gesagt 120.000 ungefähr verkauft Und gucke sich das an Sommer Man of the Match Sommer Kostet einfach mal nur 30.000 Das ist so billig gewesen Deswegen stürze ich überhaupt nicht Wenn Sommer ein Tick schlechter ist Und die nächste Info kommt bestimmt Wie gesagt Second Info von Leno Info von Fairman Noch eine Info von Sommer Kann ja alles passieren Und dann wechsle ich halt wieder Und Habe jetzt aber halt erstmal Mega viel Plus gemacht Und Ich freue mich auch Weil ich mag das immer mal Neuen Spieler zu testen Sommer mag ich genau wie Fairman Jetzt haben wir mal Neuen Torhüter Sehr geil Gefällt mir auf jeden Fall Oh mein Gott Hier ist es so warm Ich dachte ich habe mich einfach nur in Rage geredet Und deswegen ist es mir so warm Aber es sind ja echt 23,4 Grad Moment ich muss mal die Heizung abdrehen So Und Ja ich freue mich einfach Dass ich Sommer nehmen kann Ach mein Gott mir ist so warm Ich mag jetzt die Terrassentür auch Moment mal Gott ist es warm So jetzt aber Ja ich freue mich auf Sommer Weil Neuer Torhüter Mit einem besseren Abschlag Mit etwas besserem Hechten Ich denke aber insgesamt Wird man keinen Unterschied Groß merken Es kann natürlich sein Ich glaube Fairman ist auch Ist auch Klassischer Torwarttyp Und eher akrobatisch Also vielleicht geht er auch Ab wie Schmitz Katze Kann ja auch sein Dass er sich besser spielen Als Fairman Ich werde mal schauen Ich hoffe es Würde mich freuen Und Ja Das sind jetzt die neuen Spieler In der Bundesliga Ich glaube wir haben noch einen Glove Aber wir haben keinen Champions League Style So ich will das jetzt alles machen Damit wir dann am Freitag Einfach Also bei den nächsten Aufnahmen Einfach starten können Hallo Was ist denn jetzt los Warum ist denn das jetzt angezeigt Sind wir jetzt angemeldet Beim In den Servern oder was Hallo FIFA Fans Das siebte Titelupdate Für FIFA 17 ist jetzt erhältlich Dieses Update enthält folgende Änderungen FIFA Ultimate Team Änderung Anteil der maximalen zulässigen Siege In einem wochentags Knockout Turnier In Foot Champions wird beschränkt Damit man nicht mehr die ganze Zeit Als schon feststehender Weekend League Spieler Nochmal die Knockouts immer spielen kann Neue Option Mit der die Attributobjekte In Foot Champions Partien beschränkt werden können Das heißt Dann kann man beschränken Ob jemand Wie viele Trainingskarten man verwenden kann Damit man nicht mehr das ganze Team durchboosten kann Neue Team Einschränkungsoptionen In Foot Champions Zum Beispiel Spielertyp Keine Ahnung Was man da jetzt noch beschränken will Spielertyp Dass man nur eine bestimmte Anzahl an Infos Oder sonst im Team haben kann Vielleicht Anzeige der Restspiele Wurde in der Foot Champions BestNest hinzugefügt Grafik Klassentationsänderungen Vereinswarten Spielerfoto-Update In der Datenbank Ein Problem wurde behoben Durch das der Spieler Gesamtwertfach angezeigt werden konnte Die Latentanzeige Die Latentanzeige wurde in allen Online-Motiven einheitlicht Oh cool Dann kann man die nicht mehr nutzen Im Elfmeter Dann werden die Elfmeter jetzt deutlich interessanter Weil ich denke auch ich werde da jetzt versuchen müssen Die Elfmeter Wobei ich habe sie in letzter Zeit immer sehr sicher geschossen Also mit sicher meine ich nicht Dass sie immer reingegangen sind Sondern mit sicher meine ich Dass sie erstens immer reingegangen sind Wenn der Gegner nicht in der richtigen Ecke war Aber ich sie halt nicht zu sehr aufgezogen habe Oder so platziert habe Damit ich halt Lieber treffe Wenn der Gegner in der falschen Ecke ist Als die dann halt selbst zu verschießen Und das wird jetzt Ich weiß nicht Vielleicht kann ich es genauso konstant weiter schießen Aber da freue ich mich schon drauf Und rauszufinden wie das ist Und ich denke jetzt sind wir Ne wir sind noch nicht verbunden oben rechts EA Sports Football Club Jetzt Oh doch Ich sag ja Deswegen hat es geklappt Deswegen kam diese Updateanzeige Oh ich bin wieder kalt Moment Jetzt könnten wir also rein theoretischerweise Sogar Die Noch ein Spiel machen Machen wir aber nicht Definitiv Das muss ich euch leider so sagen So Ach ja Ich wollte ja Glaube Kaufen Chemistry Style Wir gucken mal ob Shadow da ist Ich weiß gar nicht Habe ich noch Shadow im Verein Ich brauche mindestens Ah Mist Mein Headset wurde gefallen Ich brauche mindestens einmal Shadow Für einen Spieler Vielleicht brauche ich sogar zwei Shadows Ich weiß es nicht Aber einen brauche ich auf jeden Fall Und ich weiß gerade nicht Ob ich noch einen Verein habe Wenn ich ganz ehrlich bin Mal gucken Hunter habe ich glaube auch nicht mehr Oder Na gut Wir brauchen jetzt Club Was kostet das Was kostet das 1,4 1,4 1,2 850 Okay 850 850 war wirklich das billigste Krass Okay Oh nein Da habe ich vergessen meinen Ton auszumachen Der Tief schreibt zu mir Krasser Lacker Ich hatte wieder nur Schrott Ja Das ist natürlich ganz ernst gemeint Bei ihm ist natürlich klar Dass ich ein spezielles Pack hatte Aber da tut mir schon ein bisschen leid Ich bin aber auch an der Konsole Wo es natürlich mit 40 Spielen krasser ist Und denke ich auch schwieriger ist In Elite 3 zu kommen Als am PC Ich freue mich schon mega Ich freue mich schon Ich wäre gar nicht schlafen können Ich freue mich schon Erst einen Stindel zu probieren Weil ich habe eigentlich wieder gute Hoffnung Und denke Der wird richtig geil werden Ich habe Bock Sommer in In Action zu sehen Im Einsatz zu sehen Da habe ich auch richtig Bock drauf Und ich habe auch Bock Den neuen Spieler in der Premier League zu testen Weil einen neuen gibt es auf jeden Fall Es gibt sogar mindestens zwei neue Fällt mir gerade ein Nur welche das sein werden Das ist noch die Frage So wir müssen jetzt Stindel reinnehmen Also die einen Serie Ja bestimmt schon Und zwar habe ich erst noch meine Sechser Die habe ich verkauft Weil die Sechser Ich habe so gedacht Klar die sind okay Kanté und Touré Aber das Ding war halt einfach Die waren Das waren normale Spieler Die waren super viel wert Die werden auf jeden Fall Noch massiv im Wert fallen Und die haben sich auch so gespielt Wie normale Spieler Klar waren die schon nicht schlecht Im Spiel nach vorn Nach hinten Kanté Touré Das waren schon Biester Das waren schon Biester Aber Aber wenn man einen Vidal gewohnt ist Einen Einen Second Info Bentalep Einen Third Info Verratti Einen Toliso Oder auch vorher Einen Gonalons Dann konnten die halt einfach nicht mithalten Kanté 40.000 wert gewesen Im Durchschnitt Und Touré 50.000 What? 83er Spieler Der weiteren Wert sinken wird 40.000 84er Spieler Der weiteren Wert sinken wird 50.000 Und Claudio Der hat mir so gedacht Das kann es doch nicht sein Du musst dir doch andere Sechser holen Die nicht so einen Wertverlust haben Und vielleicht sogar noch geiler sind Oder mindestens genauso geil sind So dann bin ich erst mal Auf den preiswerten Spieler gesteubert Und zwar DeFour Der hat ganz interessante Werte Das lustige ist Das ist eigentlich ein ZOM Das ist eigentlich ein ZOM Hat aber halt wie so ein Stindel Werde die auch als ZM oder ZDM gehen 70 Tempo 82 Dribbling 78 Schuss 79 Defense 83 Pass 80 Füße Und halt ein 83er Man of the Wie heißt das da? War halt auch so eine Man of the Match Ich glaube in Bei irgendeinem Turnier Oder so eine Man of the Match Ich weiß es nicht mehr genau Ist auch egal Auf jeden Fall Man of the Groups Ach keine Ahnung Die ist ja Orang Die ist ja nicht blau Orang Deswegen ist es keine normale Man of the Match Karte Ich weiß es ist auch egal Auf jeden Fall dachte ich Boah wenn du den mit Shadow spielst Tempo und Defense boosten Bekommt der so geile Werte Der hat glaube ich auch Anständige Distanzschusswerte Der hat glaube ich als Attribut Distanzschütze Hat einen sehr guten Kurzen Pass Und langen Pass Er hat Wie gesagt anständige Distanzschusswerte Gutes Dribbling Sehr gute Physis Und war meiner Meinung nach Wahrscheinlich mit Shadow Genauso gut wie Kante Und wie man sieht Er kostet nur 22.000 Und da es eine besondere Karte ist Der hat halt keinen Wertverlust Er steigt eher noch im Wert Deswegen habe ich mit dem Gekauft So jetzt kommen wir aber Zu einem anderen Spieler Der eher das komplette Gegenteil Zu dem preiswerten Spieler ist Macht euch bereit Eigentlich wollte ich mir Einen anderen Spieler kaufen Der nicht ganz Der auch schon teuer ist Für 140.000 bis 150.000 Über den wir schon mal kurz geredet haben Aber der jetzt ist viel teurer Und ich war mich selbst erstaunt Dass ich mir den leisten konnte Ich habe ihn vorhin noch gezeigt Und ich habe ihn selbst Was habe ich gesagt Er ist ungefähr 400.000 wert Und woher weiß ich das Weil ich mir gekauft habe Für 400.000 What the fuck Der teuerste Spieler momentan In dem Team Generell Also wenn wir jetzt mal Den mann wegnehmen Weil den habe ich ja nicht bezahlt Ist das der teuerste Spieler Den ich bezahlt habe Generell in beiden Teams Der teuerste Spieler Das Ding ist halt aber Er hat so pervers geile Stats Ich wollte den unbedingt haben Und der wird halt so Krass die Wertsteigerung haben Der wird so krass steigen Im Wert Da bin ich mir so sicher Den werde ich wahrscheinlich Irgendwann für 600.000 Verkaufen können Wenn ich Bock drauf habe In Form Emre Can Guckt euch die Werte an Das ist einfach der perfekte Sechser 80 Tempo 85 Dribbling 78 Schuss 86 Defense 86 Pass 88 Füße Das ist einfach ein totales Tier Der Junge Schwacher Fuß 4 Sterne Ich weiß gar nicht Er hat auch wieder Einen ziemlich guten Distanzschuss Ich weiß gar nicht Was war denn das gleich Ich weiß es nicht mehr genau Er hat auf jeden Fall Einen guten Distanzwert Und wenn man dem halt Shadow gibt Klar kann man den auch Was anderes geben Aber wir wissen ja Wir haben ja herausgefunden Wenn man ein richtiges Abwehrbeast will Dann gibt man Shadow Und Da die anderen Werte Eigentlich komplett ausreichen 85 Dribbling 88 Füße Er hat glaube ich Über 90 Ausdauer Über 90 Körperstärke 86 Pass Er hat einen mega krassen Passwert Distanzpass Kurzpass Also Shadow ist einfach das perfekte Für ihn irgendwie halt Zu einem richtigen Abwehrmonster zu machen Und den Ballverteiler Ist er trotzdem mit Shadow Deswegen ich gebe ihm Ich habe noch Shadow Wenn ich keinen Shadow habe Dann muss ich wieder versuchen Die bis morgen hin zu bekommen Verdammt Ansonsten würde ich ihn wahrscheinlich Erstmal ohne Also mit Basics spielen Ach ich habe noch einmal Shadow Jetzt ist halt die Frage Ist Shadow bei ihm wichtiger Oder bei dem anderen Sechser Oh Mist Ich habe ja nur einmal Shadow Ich brauche ihn wahrscheinlich zweimal Also entweder wie gesagt Lasse ich ihn hier Da brauche ich eigentlich Auf jeden Fall Shadow Oder ich kaufe mir den anderen Für 140.000, 150.000 Und da müsste ich versuchen Ihn direkt mit Shadow So kaufen am besten Aber das wäre schon krass In den 400.000 In den 150.000 Vor allem Wie viel Wert dann diese Dieses Team halt wird Im Vergleich zu letzter Woche Und wie viel besser unsere Sechser werden Unser Mittelfeld werden Dann müssten wir eigentlich definitiv Noch viel viel stabiler spielen Und noch viel besser nach vorne spielen Boah ich habe so Bock Auf die Wigan League Ich habe so Bock Auf die neuen Spieler Es ist halt echt krass Dass ich mir so einen teuren Spieler kaufe Ich habe gedacht Wenn ich mir so einen teuren Spieler kaufe Dann wird es erstmal Alaba Oder dann vielleicht doch Crazy Daisy Boateng Wobei mittlerweile Ich eigentlich gar nicht mehr haben Da habe ich schon zu gute Inverteidiger die weniger Kosten und naja Egal auf jeden Fall Krank Aber ich konnte mir den halt Tatsächlich leisten Woher konnte ich mir den leisten Ja genau Ich hatte halt noch Noch einige Coins Dann habe ich einige Infos verkauft Aber musste noch nicht mal Alle Infos verkaufen Herzlichen weil ich Irgendwo noch Second Info Hernandez Der hat glaube ich auch noch Seine 100.000 wert ist Dann habe ich halt Kanté und Touré verkauft Die ja schon fast 90.000 zusammen wert waren Und ja Dann hatte ich irgendwann Die Die reichlichen 400.000 zusammen Und dachte mir Jetzt kaufst du dir den Also Der ist halt Wenn man jetzt mal Von ganz verrückten Käufen Absieht Wie einem Info Kanté Der über eine halbe Million Kostet 600.000 oder so Und der meiner Meinung nach Nicht so geile Werte hat Wie Info Schan Da gibt es dann noch Spiele wie Pogba Wie Info Touré Die halt auch alle So krass viel Wert sind Über die brauchen nicht reden Aber ansonsten Von den sich leistbaren Spielern Ist der halt einfach so geil Und wie gesagt Hat meiner Meinung nach Sogar bessere Stats Und ausgeglichenere Stats Als teilweise teurere Spieler Deswegen Ich wollte den unbedingt haben Und ich bin mir halt so sicher Der ist halt in zwei Wochen Mehr wert als jetzt Der wird halt in zwei Wochen 500.000 wert sein Und im Monat 600.000 700.000 800.000 Also Der wird so steigen Da bin ich mir so sicher Dass das auch einfach Eine gute Wertanlage ist Und er hat wahrscheinlich Auch wie ich es mitbekommen habe Gar nicht so gut gespielt Bisher die Saison Das heißt Die Wahrscheinlichkeit Ist auch gering Dass er jetzt ganz schnell Mal eine Second-Inform bekommt Und dann halt die Ja nicht mehr ganz so viel wert ist Aber gehen wir jetzt mal Gesponnen davon aus Der steigt auf 600.000 Auf 700.000 Und die nächste Info kommt Dann sinkt er halt nicht Auf 400.000 Oder auf unter 400.000 Sondern dann sinkt er halt Wahrscheinlich nur auf 500.000 Oder dann kann ich ihn Immer noch mit Gewinn verkaufen Deswegen Mega geil Lasst euch überraschen Ob ich dann Bis morgen mir noch Den anderen krassen Stacks erhole Der auf jeden Fall Noch mal besser ist Als der hier Das werde ich dann schauen Wie gesagt Muss ich jetzt spontan entscheiden Ob ich da noch Die Ikone für zusammenkratzen möchte Aber ganz ehrlich Eigentlich schon Und dann freue ich mich Unglaublich sehr Auf beide Teams Weil in beiden Teams Jetzt Spieler drin sind Die ich einfach testen will Stimmt hier als ZDOM Sommer bin ich gespannt Also ich habe echt Bock Ich bin echt gespannt So Ich habe ja zum Beispiel Auch noch Latent Banes Das ist auch 100.000 oder so wert Oder was habe ich ihn gekauft Ja 111.000 Inform Latent Banes Habe ich auch noch einen Verein Nur mal so nebenbei Das heißt Ich habe noch Ein Informs Habe ich noch so Chicharito ist gerade Auf dem Transfermarkt Ein Informs habe ich noch Über 200.000 Wahrscheinlich so 200 Wahrscheinlich sogar knapp 300.000 Weil ich habe noch einige Infos auf der Transferliste stehen Also mindestens 300.000 Da habe ich noch einen Wert Nur an Infos Oh ist das geil Ja ich werde mir auf jeden Fall Den anderen Sechser noch holen Warum nicht Und dann die restliche Kohle Hebe ich noch hier so ein bisschen auf Weil nächste Woche ist ja auch Wieder ein Team of the Week Und dann schauen wir weiter Ähm Den hier noch Ich glaube ich habe Müller noch Auf der Transferliste Weil ich nicht wusste Ob ich den verkaufen will Den müssen wir noch wieder reinpacken Gut dann würde ich sagen Liken, kommentieren, abonnieren Wenn es euch gefallen hat Ansonsten Daumen nach oben Bis zum nächsten Mal Euer Paxes Tschüss Tschüss